ein spiel was ich gewünscht das mal auf 20. 20 Linien, 40 Cent probier es mal 10 Euro aus. Schauen wir mal was passiert. So der Gewinnplan hier. Wo war ich denn das Glücksrad in der Mitte? Das hat auf jeden Fall eine ganz komische Wirkung in das Spiel finde ich, wenn man dazu guckt. Dadurch dass diese große Walze immer in der Mitte ist, rückt so ein bisschen Karussell fahren, dass sich alles dreht. Und mach da mal was. Scheiße. Leider nichts bis jetzt. Ich hoffe es ändert sich noch. Mal was zeigt. Naja, damit ihr vielleicht mal das Feature seht. Schauen wir mal auf 20 Cent. Vielleicht macht er ja mal was. Mal's� Mal's ja, ich bin Besuch. Jäber Ich bin Du Na gut, dann würde ich gerne mal Roman D2 Next drehen, lass es probieren, 2,40 Cent damit alle Spielfelder da sind. Ich hoffe das wir mal eine Serie kriegen. Tramsys Book Extreme, der ist hier ganz gut gelaufen damals. Gucken wir mal ob wir Roman Legion vielleicht auch mal eine Serie kriegen. So, der Gewinnplan will wir dann. Tja, mit Bali bin ich jetzt bislang nicht so gut gefahren. Aber gut, Merkur lief auch eine ganze lange Zeit. Boah, die Reihe da mit den ganzen Legionären. Schade, ich hätte es mir gerne anders gewünscht. Alles klar, ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen. Bis dann wieder. Ciao. So, ich probiere mal 9 diamonds, weil das Spielfeld was toll ist. Ich hoffe, dass wir den Diamanten auf dem linken mittleren Feld schnell kriegen. Und dass er halt ein bisschen was schmeißt. Dann wechsle ich den Spieler schon wieder. Ist nämlich nicht so mein Ding eigentlich, der Spieler, aber guckt gerne mal nach dem Bonus. Schauen wir mal, ob es belohnt wird. Oh, da haben wir ihn schon. So, jetzt brauchen wir noch einen dritten Diamanten und dann geht es auch schon los. Schade. So, dann hoffe ich, dass wir jetzt mal drei Diamanten zusammen kriegen. Komm, jetzt aber mal den dritten hier. Jawohl, so. Ups. Kommt ja gar nichts nach. Vier. Fünf. Fünf. Jetzt sind wir schon bei sechs Euro. Komm, einen noch. Überall zehn Euro. So. 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 Man sieht sich. Bis dann. So. Es ist ja sich wieder mal vermehrt Ghost slider gewünscht worden. Dann probieren wir das doch mal aus. Ich meine, hier geht es mit dem Chip nur mit einem fünffachen Gewinn vom Einsatz. Dementsprechend lasse ich den Chip aus. Und ich mag das halt nicht so gerne bei den Freispielspielen mit diesem Fünffach. So. Und dann machen wir mal auf 30 Cent und schauen wir mal, ob wir mal eine Serie reinkommen. Wenn der jetzt ganz, ganz blöd läuft, rufe ich vielleicht auch die 20 Euro raus, wenn ich jetzt merke, dass der wirklich absolut gar nichts macht schon. Aber, da kommt ja schon mal ein bisschen was. Wenn man das Gefühl hat, er versucht es, dann lasse ich ihn mal bis 10 Euro laufen. Das entscheide ich mal so für mich spontan gleich, je nachdem wie der Kasten jetzt läuft. So. Komm, mach mal hier ein paar Fröhreien, dass da ein bisschen Spielgeld aufbaut. Das mag ich so gar nicht bei dem Spiel. Immer ein Dreh. Ein Dreh und direkt wieder Ende. Da kommt überhaupt keine Spannung auf. Machen wir mal auf 20 Cent. Vielleicht ist er da ein bisschen billiger. Okay? Da gibt's noch ein paar Ausgleichen. Genau. Wirןern. Wir machen jetzt noch mal ein paar Zune. Es ist immer noch so. Wir brauchen die Zune. Ja. Die Zune ist nicht mehr. der sieht gar nicht willig aus hier. da rette ich lieber meine 20 euro glaube ich. kommt nämlich überhaupt nichts nicht mehr auf 20 cent hier. ich probiere es gerne mal zu einem anderen zeitpunkt mit zehn euro komplett aus. aber hier das ist mir jetzt gerade zu schade das gelte mache ich lieber noch zwei andere abo wünsche von. bis dann, ciao.